... dann erst einmal den dritten Platz inne und Eduard Simonet schiebt sich vor von Rang 5 auf Rang 4, was die Einzelwertung hier in Aachen aus macht. Jetzt in der Bahn Vater Eisbrandstadion. Ja, der für Fahrsport in den Niederlanden steht wie kaum ein anderer. 27-facher niederländischer Meister, zweimal Europameister, darunter momentan am Tieren. Letztes Jahr die Goldmedaille bei der EM im schwedischen Göteborg. Und er ist auch schon vierfacher Weltmeister. Dreimal hat er den FEI World Cup für sich entscheiden können. Letztes Jahr hier nach ein super Auftritt Rang 3. Also der Eisbrandstadion ist absolut eine Koryphäe im Fahrsport. Dieses Jahr auch sehr stark schon unterwegs gewesen. Gleich zu Beginn der grünen Saison in Exlo Rang 2 in Windsor vierter Platz. Im niederländischen Falkenswart auf der Anlage von Beudexel Rang 2 und ebenfalls Rang 2 in Riesenbeck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 und zieht auch vorbei an Coos de Ronde. Das bedeutet für Georg von Stein momentan Rang 5 in der kombinierten Wertung. Also mindestens, die anderen kommen hier noch. Eisbrandstadion, starker Auftritt. Dann müssen wir sich das auf detox, kurz vor Lieutenant-Vers crossed. das